ach ja das ist halt so jung aber dafür ja wird heute dramatisch habe ich mir sagen lassen alle sind da ausrast wo ist er dann das haben noch ich hänge jetzt bin ich da jetzt jetzt passiert 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 was ihr dann oha brauchen wir meinen 1 und 1 verkabelung schichtiger 1 und 1 massel darf es ja ich war hier fleißig ja was sehr fleißig wo bist du ach du bist da unten hallo 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 ja lieber justin holster ist der tag der tage oder findest du mich auch ok 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 dann tschüss ja also ich habe gehört wir haben das noch so ein unerschlossenes land wo noch eine alte ruine wohnt ist da und wir hatten uns ich glaube er ist traurig ja es denn kommst du da mal runter kommst du da mal hoch ich verstecke hallo kommst du mal bitte hoch ich bin doch ich bin doch guck doch wo bin ich jetzt ne ach hier ist die cori wusste ich gar nicht schön wo bin ich jetzt such mich wer sucht der findet weit weit weg also ich würde mal sagen wir packen langsam unsere sachen und gehen mit die füllen hast du übrigens backpacks ähm nico nein da müssen wir welche herstellen gerade machen backpack wo bist du ich mach jetzt mal kurz gegerbtes leder ähm und machen daraus können wir uns dann ranzen machen ok es hat acht von acht tunnels mhm kabel kennels 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 aber warum von granita denn nicht er ist genau das gleiche was hier oben wenn er da quatsch verheiratet ja so quatsch verheiratet so quatsch verheiratet oh das kann aber jetzt ein bisschen dauern ähm was müssen wir denn noch mitnehmen auf die reise ähm vielleicht ein paar fackeln oder ja so das werkzeug was ist mit diesem zauberbaumeisterstab da willst du den mitnehmen oder weiss ich nicht können wir müssen wir nicht ähm dieses dieses drahtlose zugangskonsole funktioniert eh nicht mehr doch das funktioniert noch also das musst du an dem gerätchen nochmal anschließen dann geht das ja genau aber ich glaube das können wir irgendwo hier in der truhe lassen ne ja das hätte ich auch hier ja ich glaube ihr habt sogar auch noch da hinten empfangen ja einen halben kilometer echt habt ihr so viel ja 500 meter auf jeder seite ja ne das sind knapp 4000 meter ok ok deswegen also ich würde dann können wir noch ein sicherheitsterminal da hinbauen ja könnten wir auch aber erstmal erstmal wollen wir so gucken dass wir so rauskommen ähm den magneten lasse ich auch mal hier oder ah ne moment den magneten brauchen wir wegen dem ähm na wie heißt das denn nochmal ähm wegen den ganzen zepplings und sowas ja ja genau die dann runterfallen dann haben wir auch keine ja es gibt doch eine gegend wo damals so viele wo eine große baumpopulation auf einmal entstanden ist falls du noch dich erinnerst Stab mit ich nehm den ich hab den Stab also ich hab den Stab tatsächlich mal weggetan achso ok also ich weiß nicht also so wollen wir den mitnehmen ja ich würd halt nur den Endring mitnehmen weil das ist schon das einzige und das kurs diesen Ring da achso der reicht eigentlich mehr brauchen wir ja nicht ich hab jetzt nur Werkzeug und ne Waffe dabei halt sonst nichts ja ja das ist doch gut oh hoppata ich brauche dringend Hilfe von Mr. Technik ähm Nico wo bist du denn da ich komm gleich hier hinflogen ja Alex hat noch meine Sprachen und ich hab gehört ich auch noch nicht äh guck mal warte mal jetzt bekommst du drei Rucksäcke die kannst du dir auch gerne färben äh vier Rucksäcke sogar die kannst du dir gerne färben ich würde auch noch einen Rucksack machen mhm das ist einfach nur falls wir mal ja ein bisschen zu wenig Platz haben irgendwie Equipen oder so äh den tust du unten in die Leiste und drückst einfach rechtsklick und dann öffnet sich dann das Ding oh aha genau und das ich färbe die halt immer damit ich die unterscheiden kann weißt du nochmal nennt sie um okay wir können ja mal gucken was wir für Farben haben so einige du könntest grün nehmen nicht grün nehmen bitte du könntest noch weiter grün nehmen du könntest hellgrün nehmen man ich brauch das grün du könntest violett nehmen du könntest auch blau nehmen du könntest auch hellgrün nehmen rot nicht weil da haben wir jetzt den ja eigentlich Pupsi welche Farben ja du kannst einfach mal Farbe dann eingeben und dann werden sich dir ich 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 stell grad noch ein paar her so hellgrau gelb schwarz könntest du nehmen hellgrau ja kannst du dir halt jetzt aussuchen was du machst ups kann ich da rausnehmen oder weil mein Ding jetzt funktioniert ja nicht mehr ja genau du ja genau da müsstest du eigentlich rausnehmen können ja genau ne 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 passt und jetzt Farbe hellblau und Rucksack da rein und jetzt habe ich noch einen so jetzt haben wir vier ok was leider bisher nie ging waren diese Werkbank Rucksäcke ja die gingen leider nie was natürlich super cool wäre und wie färbe ich den dann du nimmst die Farbe und den Rucksack in das normale Fertigungsfeld ok alles klar genau genau Werkzeug habe ich bei mein lassen einfach einen braun lassen du darfst es nicht verlassen du darfst es nicht verlassen wir kommen ja irgendwann wieder wir wollen nur das Land befrieden wir kommen ja irgendwann wieder morgen so schnell wird es leider nicht gehen oh nein das wird noch ein bisschen dauern wir gehen du bist du Alex ja that's my name ich habe gehört ich habe gehört es geht zum Gerücht rum Jig4Mod achso ich weiß nicht bei wem du mod werden willst so brauchen wir noch was Rucksäcke hätten wir Rucksäcke haben wir Essen habe ich mal Waffe und Werkzeug ah du brauchst noch eine Sense ja 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 weil äh äh Moment äh ne da ist halt rum wir müssen nämlich ich mache uns nochmal ein paar wir müssen nämlich ein bisschen rumsensen wir müssen wir müssen ich gebe dir mal zwei ich habe noch ein paar mehr ähm du hast ja so ein achso genau was hast du denn für für einen Stahl verbaut in deinen Werkzeugen weil wir müssen auf jeden Fall dann unsere Sachen nochmal reparieren und das sehe ich wo ähm dann müsstest du was habe ich denn ich glaube du hast Bronze oder oder Stahl das müsste wahrscheinlich dazu stehen dabei stehen oder bei mir steht überall Stahl dran ja dann ist es Stahl haben wir noch Stahl Karsten Stahl wir haben elektrischen Stahl Zugriff was Zugriff was für ein Karsten Stahl Zugriff achso da müssen wir gerade mal gucken ich glaube da müssen wir noch ein bisschen was von herstellen mh was was brauchen wir denn dafür wenn ich Gänse mit den Gänse boah das war ganz ähm ähm Moment aber jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken draußen bei den Büchern oder in den Büchern achso nimm Essen mit stimmt nimm noch Essen mit das habe ich achso sehr gut wie viel Essen fragt sich genug dass wir erstmal ein bisschen überleben das wird gar nicht so einfach ok dann nehme ich vielleicht noch ein bisschen Essen mit ja dann nehme ich noch ein bisschen Essen mit hallo ich habe hier einen richtigen Hasen hallo oh Gott wo sind wir gelandet bei der Theobilder hallo hallo mit mannö wie stellt man nochmal Stahl her was einfach Eisenschmelzen? frage Zeichen ne ne das ist zu einfach das ist zu einfach ne ne das funktioniert nicht so modulus ähm hier steht auch nichts darüber wer will doch wissen Ernst hm ich guck grad die Bücher durch so das ist nun dreierkombination muss doch jetzt eigentlichť funken moment Was macht ihr so? Wir packen gerade unsere Sache. Was denn? Ich wollte aber nicht alles verbinden. Oh Mann. Kender, Glue, Emeralds, Aluminium, Brass. Oh, ich krieg die Riese, weißt du das? Irgendwie muss man doch das doofe Ding herstellen. Geschmolzener Stahl. Dance, Carol, danke. Was ist hier? Dance mit der Dance. Dance mit der Gänse? Dance mit der Gänse, richtig. Oh, mein Rücken tut so hart weh. Eisenbarren und Grafit. Hab ich doch gesagt. Eisenbarren. Musst du bloß nicht das zweite Rezept. So, jetzt nehmen wir mal Eisen. Grafite. Und Grafite. Grafite. Davon haben wir ja eh genug. Ach so. Er macht das nicht. Ach so. Welchen an Induktionsmeld? Ähm, warum? Warum nimmt er das nicht an? Weil du ein Frankfurter bist, weil du... Ähm, Pond... Oh, fuck. Oder brauchen wir pulverisierte Kohle? Das bin ich gerade... Das kannst du automatisiert herstellen. Ja, ja, ja. Pulverisierte Kohle. Und Eisen. Pulverisierte Kohle. Kohle. Und, 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 und... Oh, noch mal Nups. Nö, geht nicht. Ah. Hm. Oh, noch mal Kett. Meow. Ich will doch nur das Talbarren haben. Ich bin gerade mega überfragt. Ich weiß mal... Ich wusste mal, wie es geht. Ist ja kein Amtschütter, der das weiß. Slugjack. Jetzt brauchen wir den alle. Slugjack, wir brauchen dich. Was ist los? Wie kann das sein, dass ich das jetzt... Hey, Jesus. Einmal mit geschmolzenem Stahl. Toll. Damit kann ich es herstellen. Ich kann es auch mit Stahlwerkzeug herstellen. Oh. Nein. Doch. Oh. Mhm. Moment. Es gibt noch die anderen Barren. Was? Ja gut, die kann man mit Eisenbahn und pulverisierter Kohle herstellen. Oder mit Eisenstaub und pulverisierter Kohle. Wow. Ich muss nicht gucken, was ich hier unten mache. Das ist echt scheiße. Meinst du das jetzt mit Ja, mit... Das ist echt scheiße sogar? Nee, 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 nee. Ich hab nur... Ich bin gerade nur genervt von dem Ding hier. Niko, kannst du gerade noch Essen für mich mitnehmen? Ich werde dir so dankbar. Niko, redde. Äh, was? Oh. Niko, redde. Niko, redde. Wie viele willst du? Jetzt keine mehr. Ich hab auch Angst. Knöpzehn. Zehn. Nimm ordentlich was mit. Damit wir da... Ach, wir müssen noch... Ähm, hier, wir müssen noch... Wie viele willst du? Wir sollten noch, ähm... Sämelchen mitnehmen. Samen Damen Hast du verstanden, Justin? Was sagst du? War das an mich gerichtet gerade? Ne, 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 ne Das ist eine spritzige und witzige Sache hier You break my heart Yeah, you break my heart too Today with the bad messes Israel Mit wer geht er denn? Dass ich schwanger bin Ach ja Das macht nur sense Das habe ich auch gemerkt Guck mal, ich habe Stahl für dich schon mal mitgenommen Also Carsten Stahl Carsten So Marcel darf es Stahl Und ich nehme Ähm, noch Weizen mit Ich packe meine Körper Nehme mit Beziehungsweise, was heißt Weizen Ich nehme Ähm Weizensamen mit Dann können wir nämlich anbauen Weil Dann ist schon mal das gesichert Auch wenn es etwas einfacher wird dadurch Irgendwie ist der voll langsam Warum ist der so langsam Mach Der Darf das nicht verbinden Und Ist voll langsam Ups Kommt was Neues Warte mal Ich werf dir mal kurz Eisenbar Äh, Stahlbar in hinten Da Damit solltest du dann dein Werkzeug reparieren können Schlimmstenfalls Weil hier steht überall Autorepair Ja, ja Ist eigentlich auch Aber falls es nicht schafft Weißt du Wegen den großen Bäumen und sowas Dann Müssen wir die reparieren Hörst du noch ein paar Wie repariert man? Man repariert draußen Kommt mir Reparieren Reparieren Das ist eine Werkzeugesse Wenn du hier reinlegst Wenn du reinlegst Kannst du oben Stahlbaden reinlegen Und dann kommt Repariert raus Howdy Hast du das Video schon gesehen Von Jorge, González, Corrado, Riquis, bla bla bla? Ich kenne Jorge, aber Du kennst Jorge, ne? Jorge, ja Und du hast bestimmt dann auch mal Die Verarschung mit Germany's Next Topmodel gesehen, oder? Bestimmt Mit Switch Reloaded? Hallo, Nerd Heute machen wir hohe, hohe und tiefe, hohe Das kann gut sein Tatsächlich doch Es kommt nicht mehr Also es kommt nicht mehr Hast du dieses schöne Feuerwerk gesehen? Ach, das war nur für mich, oder? Hohe und tiefe, hohe? Oh man, ey Ist es fertig? Ja Einfach Ja, wir müssen auch nochmal kurz Rapper Rerun Gott Ende, ey, oh Hohe, hohe So Ich gerade die Axt Ich glaube, das gibt ein Unstandsreicher hier Okay Ich glaube, ich habe alles, oder? Aber ein Problem ist Ach so, kannst du mir noch das Essen gerade rübergeben? Also, das, was du mitgenommen hast Für mich Ich habe da voll viel Also, ich kann das immer wieder so Ja, so Nur so ein paar, damit ich was habe Du kannst dich immer wieder besorgen Ach, Justin Der Man muss echt Wo auf die Aussprache achten Ey, Kacke Ich muss gerade mal gucken Es gibt Genau Du kannst Jetzt muss ich gerade überlegen Mit Steuerung N Habe ich es jetzt Ich glaube, bei dir war es Steuerung Ach Gott, weißt du mal Ich sage dir gerade mal Wie das Ding heißt Wenn du auf Steuerung Einstellungen gehst Wo ist das denn da? Also, Einstellung, Steuerung Kannst du Bei Wenn du weiter runter scrollst Ungefähr in der Mitte, glaube ich, war das Das Problem ist Ich sehe das nicht gescheit Wie, was? Ich sehe links nichts Das sieht komisch aus Ich sehe bloß rechts Was ich Also, die Die Tasten Ich sehe aber nicht links Was ich damit machen kann Weil das irgendwie Verschoben ist Verschoben ist Oh Ich weiß aber nicht Warum Ähm Ähm Ja Ähm Weil ich wollte dir gerade Einen Trick zeigen Wie du deinen Rucksack Quasi Einordnen kannst Ich frage mich Was für ein Buchstabe Das eigentlich immer war Ähm Moment Lass mich mal kurz gucken War das Du hast doch jetzt Zwiftchen Probier mal Steuerung C Äh Steuerung C Ähm Shift C Geht das? Okay Bei Steuerung C Ist auch irgendwas passiert Aber Ja Gegen das Dimension Okay Okay Steuerung B Ähm Shift B Ähm Geht das? Ähm Name Dimensionen Keine Ahnung Ne 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 Dann nicht Ah Schade was Ich hab's euch geschafft Supi Äh ganz kurz Wir versuchen das Gerade mal kurz zu klären Warte mal Oder war das Steuerung Semikolon Könnte das auch gewesen sein Die hat alles Die haben alle Strom Nee Warum ging die kein Strom Weißt du noch Wie das ging mit dem Strom? Ähm Ne Gerade nicht Schreiber Strom bekommen? Ähm 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 Nicht dass ich gerade wüsste Naja gut Aber es gibt die Möglichkeit Wenn du es irgendwann mal hinbekommst Dass du in den Steuerungen Ähm Dieses Sogenannte Hier steht Rucksack öffnen Änderst Und das Schöne ist Dann kannst du das zum Beispiel Auf N legen Dann drückst du Steuerung N Dann öffnet sich ein Menü Und dann kannst du zum Beispiel sagen Bitte Bitte sammle jetzt ab Alle Saplings in diesem Rucksack auf Dein Rucksack verschwindet zwar aus dem Inventar Aber Immer wenn du Steuerung ändert Kannst du ihn rausziehen Das kannst du mit jedem Rucksack machen Dann geht er automatisch In den Rucksack ein Was viel angenehmer ist An manchen Stellen Okay Ja Ich kann Was steht Also wenn du das drückst Was öffnet sich da für ein Fenster Was steht da? Ähm Da steht einfach Rucksack Slot Okay Dann ist das nicht was hier aufgeht Ja Was stand denn drinnen? Fuck I need you Ähm Wie kann das denn Hier steht Wenn ich das drück was du gesagt hast Da steht hier Configure Hat Element Nein Und harte Element Nein 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 Und guck mal Wenn du Achso warte mal Wenn du die linke Seite nicht lesen kannst Ist das nicht so wichtig Also wenn du auf Steuerung gehst Sondern da steht irgendwann So Das ist wirklich sehr mittig Steht dann irgendwann Unter der Über den Buchstaben Rucksäcke Und unten drunter Spielmechanik Und da musst du das Ding nennen Äh Um nennen Um nennen Das ähm Na Ähm Rucksäcke Spielmechanik Ja Ja genau Und da änderst du den Buchstaben zum Beispiel auf N Also ich hab's auf N gemacht Das war am Klösten Ja Okay So Hast du? Die Nase weiß Hast du? Aha Genau Nimm automatisch auf Aha Genau Das ist saugut Und dann mach ich da einen Rucksack rein Und dann sag ich dem hier Das alles nimmst du auf Genau Und wie wähle ich das aus Was ich aufnehme Dazu muss ich schon eins besitzen Richtig Ich verstehe Super Justin Kommst du mal raus Oh nein Abschied Du mit dem Auto bist du in zwei Minuten Drei Bis du hinter der Mauer warst Mensch ich muss nur das passende Outfit raussuchen Gibt's eine Heulmaske? Ich guck gerade Wir kommen dich ja ab und zu besuchen Ah der braucht ja so lange Kriegen wir einen Schneeweil Ja Wieso krieg ich da keinen? Äh du musst mit dem Madhawk draufhauen Mit dem Ah Komm mal her. Ja, den kann ich schon. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ja, wir schaffen. Sehr gut. Dann, ähm, gell, Justin? Tschüss für immer, Wiedersehen. Wir kommen wieder, wir kommen wieder. Wie er in der Tür steht. Ähm, warte mal. Tschüss. No. No. Wollen wir denn mal? Ja, Jackpacks? Jetzt fliegt gleich zu uns. So, tschüss. So, ich habe ihn jetzt gemoved. Okay. Und jetzt beginnt die traurige Szene. Oh, nein, Quatsch. Wir sehen ihn los. Nein, Quatsch. Dann würde ich mal sagen, los geht's, oder? Hallo. Oh, ja, mal schauen, was wir hier so finden. Ähm, ich glaube, das Ding war irgendwo da hinten. Da bin ich irgendwo gestorben. Für so ein Waypoint. Okay, mal schauen, ob wir das finden. Mhm. Oh, cool. Oh, cool. Oh, das ist ja cool. Mhm. Oh, Auberginen. Spargel, Wassersalat, Sojabohnen. Ja. Wie, 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 oh. Strobel. Ach, man muss bloß drauf. Ja gut, bei denen musst du draufhüpfen, ja. Oder Rechtsklick halt, ne. Oh. Ich kümmere mich um die Viecher. Ja, komm, der Schöne. Oh nein. Also, ich hab Erdbeeren dabei. Oh. Sehr gut, Erdbeeren ist gut. Ähm, Rabar. Auberginen fände ich gut. Auberginen können wir sicherlich auch gut nehmen. Salat? Goal. Zimt. Mach ich wieder unsere kleine Farm da drüben, da. Oh, ja. Also, wir können alles anpflanzen, das wäre ja genug Platz dann. Ja. Also, jedenfalls an der Oberfläche. Ich hab ein Shirt. Wo ist er dann? Ach, da. Was gibt's denn da drin? Oh, oh. Das Ding darf bloß nicht in die Luft gehen. Sonst war's das mit der schönen kleinen Welt. Okay. Gab's da was? Nee, 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 nee. Okay. Warte, ich. Komm mir mal so, sowieso schon, einen Rucksack mit verrottetes Fleisch. Schön. Normal. Mit quasi Lebensmittel und Samen mal auserkoren. Ah, sehr gut. Wo ist er denn? Dann nehmen wir alles Mögliche nochmal mit. Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Aber Fäden können wir ruhig mitnehmen. Okay. Wo ist er dann? Da ist er. Ich bin über dem Haus. Ähm. Und du bist... Ah, ich bin noch weiter oben. Ach, da. Da, ja. Ja. Ich hab grad noch ein Schwert in der Hand. Hui. Ach, ja. Die ganzen Fichtenwälder. So einen neuen Wald können wir ja dann auch pflanzen, nachdem wir den alten Abgeholt sahen. Boah. Aber das wird erstmal lange dauern. Das erste, was man ja anpflanzen, wird Weizen und Soja sein, denke ich mal. Ja, genau. Damit wir so eine Grund...